Ja, wir unterstützen einfach diese Aktion sehr, sehr gerne, weil wir einfach gemeinsam lauter sind, stärker sind und nicht alleine sind. Und es ist ganz wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, immer und immer wieder, damit einfach immer mehr Frauen und generell Menschen Mut fassen, aus diesen Kreisen vielleicht auch auszubrechen oder den Mut fassen, etwas zu verändern, sich trauen, etwas zu verändern oder eben auch die Gesellschaft etwas zu sensibilisieren dafür, dass alle wachsamer sind und sich ein bisschen umschauen. Es ist immer wieder ein ganz tolles Gefühl, weil man das Gefühl hat, einfach gemeinsam eine Botschaft raus zu posaunen, sage ich mal, und die Leute einfach wach zu machen und auf dieses Thema auf eine ganz andere Art und Weise aufmerksam zu machen, und zwar einfach in der schönsten Sprache der Welt.